einen wunderschönen mittwoch wünsche ich euch wir schauen heute hinein ihr seht am video in finanzielle muster gerade jetzt zu der zeit wo vieles drunter und drüber ging und noch ein bisschen gehen wird ist es natürlich sehr interessant was passiert mit den finanzen wie verhalten sich die finanzen finanzen und wie kann ich dort meinen besten zug draus machen so und da gucken wir heute rein wir schauen heute in welche richtung sich dein finanzmuster verhält gehen die ausgaben in die höhe oder ist es tatsächlich so dass die finanzielle resonanz nun in dein wohlbefinden kommt ich kann euch noch dazu anraten wenn ihr energetische unterstützung braucht holt euch einen heilschmuck also energieschmuck im spiritual shop da gibt es 20 prozent noch bis sonntag mit dem code sommer 20 so dein verhaltensmuster in den finanzen was wollen die karten und sagen die innere zielsetzung gleich am anfang sehr brisant das ist schon mal sehr sehr wichtig und da haben wir den langfristigen erfolg also deine zielsetzung ist schon mal richtig wir haben die sonne wir haben auch das schiff das zeigt einfach die lange reise wenn du dir das ziel wirklich manifestierst und auch durch affirmationen festigst und vielleicht auf dem vision board mal anlegst die art wie du damit umgehst das kann deinen erfolg auch bringen da bist du auf jeden fall in einem guten handeln drin du solltest jetzt noch ein bisschen darauf achten dass du eventuell nicht so viel auf einmal verlangst und deshalb dann vielleicht ein wenig traurig wärst wenn deine ziele in den nächsten drei monaten nicht so wahr werden aber du darfst das jetzt hier weiter manifestieren deine zielsetzung ist in die richtige richtige richtung diesem erfolg nicht in diese tristheit gehen nicht in die existenzangst oder den mangel das ist ganz ganz wichtig für den geldfluss ganz ganz wichtig wir werden auch zum 15 7 ein coaching machen wie du persönlich in deinen erfolg kommst da machen wir mit energiearbeit mit 1 zu 1 coaching und mit gruppen coaching alles online via zoom und facebook wer sich da noch anmelden möchte darf sich gerne bewerben dafür schaut einfach unten in die infobox da könnt ihr unter www.timus-lichtblick.com das kontaktformular nutzen und sagen ihr würdet euch gerne dafür bewerben ich werde euch dann fragebogen zu senden und den dürft ihr dann beantworten so weiter geht's der goldene palast das ist auch wundervoll nach dem erfolg den goldenen palast zu bekommen der goldene palast steht einfach dafür was du dir aufbauen kannst was in deinem ziel was ist dein naheziel was sollte für dich dein deine festung sein es ist die festung der emotionen ist es die festung da wir hier die finanzen gucken der arbeit oder hast du wirklich das anstreben in den reichtum hinein da schauen wir einmal rein was da noch so liegt ja das wunderbare schicksal ist da und deine wahrheit deine wahrhaftigkeit deine lebendigkeit so das ist das was du verdient hast das ist das was du dir wünschst das ist auch das was du bekommen wirst wenn du bereit bist deine ziele wirklich zu fokussieren der goldene palast symbolisiert aber auch dass sehr sehr viele ins strahlen kommt das heißt auch du strahlst die energie nach außen welche du lebst daher immer im bewusstsein sein und immer hoffen und auch darauf achten dass man nicht in den negativität strudel zurückfällt wenn einmal vielleicht eine rechnung im briefkasten liegt oder 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 manche dinge einfach länger dauern da musst du im vertrauen bleiben da solltest du im vertrauen bleiben und es ist so zu sehen einfach wundervoll weil es kann sich festigen du kannst dich hier entscheiden dann haben wir die wahl und das in der mitte das ist sehr interessant jetzt hast du die wahl gehst du diesen weg weiterhin oder hast du keine ausdauer wirst du jetzt im verhaltensmuster wieder zurückfallen bisher sah es wirklich positiv aus so über positiv dass es einfach so ein hochmut von dem fall ist dass so die euphorie da ist aber dann die ausdauer nicht so wir schauen einmal kommt die ausdauer bleibt die ausdauer du entscheidest dich für dein glück und das ist der durchbruch in deinem verhaltensmuster das ist geil das ist super das zeigt einfach auf wie sehr du dich gewandelt hast wie sehr du an dir gearbeitet hast vielleicht bist du in der zeit dann auch schon im coaching dabei und gehst dann den erfolgsweg für dich weil du hast die wahl da liegen auch verträge dabei wir haben hier natürlich auch das geheimnis des glücks dass du da eine neue erkenntnis bekommst das ist auch sehr schön du öffnest dich auch viel viel mehr du bist nicht mehr so du möchtest nicht mehr so geschlossen sein oder nur ein kapitel von dem buch du möchtest jetzt deinen erfolg haben in den finanzen im beruf ja und du hast dich jetzt in den nächsten einem bis eineinhalb monaten dafür entschieden dass du den richtigen weg gehen wirst sehr schön dann kommt die stärke das wird immer besser meine lieben die stärke kommt natürlich dadurch natürlich baut sich dein bewusstsein dann ein wundervolles verhaltensmuster auf und das in den finanzen das thema was dich so oft angekratzt hat das thema was dich so oft angetriggert hat und das thema wird jetzt deine stärke das heißt du kannst nun ein ganz anderes energiefeld aufbauen du kannst jetzt in die resonanz gehen mit all dem reichtum oder dem haben was du schon immer haben wolltest hier liegt die komplette stärke in deiner hand und das alles weil du für dich investiert und an dir gearbeitet hast ja da haben wir noch die wolken die noch nicht so gut dran glauben aber wir haben tatsächlich auch die wundervolle art und weise der botschaft auch hier noch mal die verträge da bist du für mich auf jeden fall in begleitung von jemand auch verträge legen hier jetzt gut dort können neue wundervolle arbeitsverträge kommen wir sind jetzt ungefähr hier im august circa wundervolle wundervolle verträge einkommen kann hier sehr sehr stark gesteigert werden und alles was jetzt unklar war wird dann gehen dürfen und zum schluss haben wir zu hause du bist angekommen du musst nicht mehr vor verschlossenen türen sitzen du bist jetzt bei dir und das hast alles du geschafft dein verhaltensmuster jetzt kommen noch die blumen und die vögel dein verhaltensmuster hat sich so abgeändert dass du es nach dieser zeit sogar schaffst andere menschen dabei zu verhelfen in diese positivität der finanzen zu kommen das muss nicht unbedingt in der beratung sein es reicht die kommunikation dass du es geschafft hast dass die menschen ihren glauben wiederfinden dass die menschen sehen diese positive veränderung ist so schön in deinem zuhause kannst du dir mehr leisten vielleicht brauchst du auch ein eigenheim wenn das sein ziel war aber dein verhaltensmuster hat sich nun ins positive gewendet sehr schön eine wundervolle konstellation der karten und da kann man eigentlich gar nichts zu hin hinzuzufügen wenn ihr wollt meldet euch fürs coaching an da machen wir all das in sechs bis sieben wochen in wundervollen wundervollen modulen und schaut noch mal vorbei im spiritual shop denn dort gibt es 20 prozent bis sonntag auf alles 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 da lohnt sich auch da mal das schmuckstück sich zu gönnen was eigentlich vielleicht manchmal ein bisschen zu viel für die tasche war ich wünsche euch alles gute wir sehen uns morgen früh wieder zum tagesorakel macht's gut